Ich rauspiepen. Heil, du bleibst zurück. Heil, der Führer. Na, jetzt ist es aber gut. Das ist noch nicht gut. Es ist Gott. Ich habe einen Stein auf den Boden geschmissen. Bin ich jetzt böse? Ich dachte, du hättest einen Steifen auf den Boden. Ich spore mal Kornfeld. Mystic Greenflower Botania. Nicht, denn es ist normal. Hier, Mystic Greenflower. Kornfeld. Schmeckt's? Alles in Flash. Hier ist noch eine Brutania-Pflanze hier vorne. Mystic Orange. Ja, da sind überall viel zu viele. Okay, warte mal. Der Plan war ja Solar Genuate, oder? Solar. Ach nein, sortieren. Eigentlich brauchen wir erstmal ganz schnell betten, oder? Scheiß auf Betten. Ja, ehrlich mal. Who needs to embedten, Alter? Ja. More options. Wo war das denn hier nochmal mit dem Sortieren? Ähm, ich fang dann gleich mal an ein Feld zu bilden. Ja. Für Narunge. Ich hab schon ein Feld. Das ist mir. Richtig. Ich brauche ein besseres Feld. Mach das. Wird fädiger als denn je. Wird fädiger als Danny. Wird fädiger als Danny. Ah, hier unten. Zucchini. Ja, hier unten glaube ich. Ähm, ja. Hier unten baue ich das hin. Oh, geil. Ich hab schon Essen. Was man essen kann davon. Hab ich auch. Äh, was hast du? Kabatsch. Also Kohl. Kabärtsch. Kabärtsch. Spinat. Und eine Antichocke. Antichocke. Was findest du in diesen komischen Pflanzen da? Naja. Und eine Bear Weave. Ich mag's gleich liegen. Ach ne, warte. Das macht gleich Nacht, wollte ich sagen. Idiot. Jetzt steht hier so'n Unursal-Hiefe im Weg. Ja? Ja, so'n Unursal-Hiefe. Hey, wie kann man jetzt nochmal das Sortieren ausstalten? R. Ja, aber wo ist das nochmal drunter? Kann ich den abbauen, den Hive? Nee. Nee. Doch. Ja, aber nicht ohne das Wolle-Ding. Ich will ja die Bienen raus haben. Oh, ups. Das ist WTF. Ach man, wo ist da nochmal die Steuerung drinnen? Bin ich behindert, oder was? Ja, bitte. Sprochen Schaufel. Ab wann bist du schon mal war. Wo ist denn jetzt die Steuerung? Ähm, für ne Steuerung meinst du? Dass sie die alle umstellen kann. Deine Oma-Steuerung. Das ist Adam. Hey, wo war das nochmal drunter? Ach, Controls. Bin ich behindert. Ja, irgendwie sind ganz schöne viele Creeper bei dir in der Nähe. Hoffentlich nicht. Achtung für Lasche. Flash. Was? Bei dir sind ganz schöne viele Creeper in der Nähe. Boah, ich geh mal hier. Die sind alle unterirdisch, glaub ich. Ja? Ja, ich lass mich doch gerade Controls einstellen. Das ist ein unterirdischer Creeper-Dungeon oder so. Ich will dies eher nicht haben mit dem Sortieren. Das soll weg. Ne? Das ist cool. Ey, das ist ein bisschen blöd. Oh, Zombie. Alles zu seiner Zeit. Flash darfst du nachher töten. Ja. Wenn ich wüsste es euch töten, können wir Flash voll OP erst so machen, ja. Ich hab zwei Hühner und zwei Schweine schon eingesperrt im Erdloch. Nice. Ja, geil. Solar. Solar Generator. Dafür brauchen wir einen Diablock, ne? Das wisst ihr. Und Netherquart. Deine Mutter? Oh. Wer pisst dich mit dem Zombie? Oh. Generator. Hallo! Nehmen wir so einen Kohle-Generator, reicht der auch? Oder ein Haiföchnis? Mhm. Ne, 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 ne Erstmal die ganzen Botania Pflanzen leckt drin. Boah, ich hör nur noch Botania, ey. Ah, Centus. Der hat zu viel Botania Pflanzen, weiß ich, im Kopf. Du rauchst auch alles, was bei Botania gibt, ne? Wer macht da so komische kleine Gänge hier wieder? Lenny. Ah, Lenny, ey. Was für ne kleine Gänge? Ein Bett im Lenny. Oder was machst du grad, Lenny? Ich sterbe gleich. Ach, da. Tommy, klatschen. Ah. Boah, ohne Scheiß, mach irgendwas bitte dagegen, dass der Server so hart laggt. Hey, der laggt auch gar nicht. Bei mir laggt der voll krass, aber bei mir Intels liegt es wahrscheinlich nicht. Bei mir lag der auch ab und zu. Hast du vielleicht Gigabyte zu wenig zugewiesen? Nein, der RAM ist, ich hab vier Gigabyte RAM reingeklatscht. Ich hab da zehn reingeklatscht. Ich hab leider nur acht, tut mir leid. Okay. Ja. Braucht irgendwann mal mehr. Das tut mir dann auch leid. Ich hab 16, von jetzt. Ja, du übertreibst doch. 16, du Affe. Oh, wir haben Lava hier unten schon. Nice. Ach so, 16 im PC. Ah. Ich dachte 16 zugewiesen. Und ich hab 32. Ja, ich hab auch vor auf 32 zu gehen dann. Oh, Mini-Zombie, der wird mich töten. Ich hab vor nach und nach auf 128 auch so zu machen. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Ach gar nicht. Au. Viel zu wenig. Da ist jemand gestorben. Ist aber gut zu melendern. Ja, aber auch nur dazu. Da brauchst du nichts anderes 128 um die Teilarbeit rein. Da stirbt er gleich. Da stirbt er gleich hoffentlich. Da stirbt er gleich hoffentlich. Na hast du dich einer bitteren Wahrheit verschluckt? Hä? Hast du dich einer bitteren Wahrheit verschluckt? Boah, ich reconnecte. Was is lame bei dem Zombie auch noch. Boah, diese scheiß Zombies an. Ach, mein Handy ist gleich auch noch alle. Wie war das? Kids, ein Zombie klappen mehrere gleich auf, ne? Ah ja. Ich hab mich gestorben. Ich sollte mal was essen, sonst verrecke ich hier gleich. Ich hab drei mal auf Respawn gedrückt übrigens. Alter, was ist da los? Was ist los bei dir? Hey, yo. Slush Ping. Ja. Ich warte. Ich warte. Ich warte. Ernsthaft doch. Warte, gibt's denn wirklich den Befehl Slash Ping? Ja, ja. Gibt es. Also eigentlich. Ah, jetzt, 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 jetzt. Hä? Ich kann den bei mir nicht eingeben. Ja, geht auch nicht. Also manchmal geht er, aber manchmal nicht. Haben wir zufällig Weizen schon? Hm. Ich hab ein bisschen angepasst. Nennies haben wir anbauen. Nennies unser. Ich, ich. Kühe. Oh. War er nicht. Centus, kannst du mir mal helfen, bitte? Wieso? Also ein Gegner. Ach. Ist doch egal. Ich hab einen Zombie-Kopf. Cool. Hab ich auch. Hab ich grad auch. Autsch. Hab ich grad... Sorry. Das ist... Das Wiese war. Das Skelett hat mich zur Seite geschossen und ich hab in dem Moment mit dir Ecke geschlagen. Ja. Ja. Oh, Uran. Oh, Uran. Ich liebe es. Halt's Maul. André, jetzt hören die... Jetzt auf die ganze Zeit von... Du weißt schon, wem zu sprechen. Hitler? Ja. Boah, Mann. Weck das. Ich hab übrigens vor 15 Sekunden meinen Grabstein abgebaut. Ah. Ich bin auch grad gestorben in dem Bett. Ich war's nicht. Warum sterbt ihr denn alle? Ich lebe noch. Weil wir nicht mehr leben. Ja. Weißt du, ich will grad ne Fackel setzen, ne? Was setz ich? Dirtblock. Mandrake! Rennt er durch meine Sachen durch den Arsch. Ich auch hab nichts bekommen davon, also. Ich hab ein Miniaturherst schon bekommen, lol. Lulz. Tollway? Ist Gelder. Ich hab auch kein Plan, was da ist. Boah, ich wollt schon sagen, was ist das denn jetzt, du Arsch? Lenny. Weizen. Spacken. Was mit dem? Er ist noch nicht gewachsen. Wir haben ein großes Weizenfeld. Komm einfach zur Base. Oh, wir hätten noch nen Mod reinmachen müssen. Den Gasquafft. Genüsse. Ja, aber wo die Schweine auch pupsen und da man das Gas auffahren kann und wo man die damit ersticken kann. Oh, oh. Zentos! Kommt krass, die Triefe? Ich weiß. Hab ich grad schon angeschossen. Vor allem mit ner Eisenrüstung, du scheiß Vieh. Enderfrag, Mann. Warte, schubst du weiter zu dir hin. Ach, schubst du weiter zu Zenters Boom. Du redest mir voll den Weg, du Arsch. Es hat, es leckt bei mir voll... Wie, warum leckt das bei dir so? Ist mir ernsthaft? Ich hab manchmal einfach so, so... Ey, ich glaub jetzt stehen. Du Frame droppst oder was? Ne, ist es so, ey, ich... Äh, tu mal deine... Deine Render Distance ein bisschen unterstellen. Nein, das sind Internet Legs. Ja, dann hast du... Es sind keine Rucklacks, das sind Legs. Ah ja, auch. Deine Verbindung ist auch nicht ganz voll. Ne. Cent ist seine ist nicht voll und WTF ist seine nicht voll. Ja. Ne, ne, meine sind top. Top. Oh, Lennynet, Alter. Der Surfer mag Lennynet. Pennynet. Lennypenny... Bringt der Iron Furnace eigentlich irgendwas, außer dass du den später zum Elektro-Furnace gehst? Ja, später, dass du zum Elektro-Furnace gehst. Nur damit starten, wenn ich viel mache. Ein Redstone. Was sich viel effektiver... Er wirkt. Was für ein Redstone? Redstone-Furnace. Gibt's hier nicht mal Koller? Oh, oder? Ah, ich hab Aluminium, oh Berry-Busch. Ja, alle behalten. Ich wollte ja noch was machen. Ähm, Slash. Badum, badum, oh Berry-Busch. Badum. Badum. Denskohlohr. Badum. Badum. Ich hab schon... Was hab ich? Ich hab Iron-Busches. Busches. Die sind auch behaart sogar. Mhm, Iron-Busches. Ich hab hier eigentlich schon mal ein Stack-Kohle hier oder was? Ja. Ja. Du musst gleich auch den Archive-Man-Schocking. Gravina. Ah, Creeper. Hi Enderman! Alter, wie viel Leben hat der Enderman? Fick dich. Auf was hast du eingestellt hier? Ja, was wohl? Der hat mir grad vollen, harten Box gegeben. Der Hund. Was meinst du, war irgendwie auf Sterren? Auf normal. Der Typ hat mir voll die miese Faust gegeben. Aber so richtig. Mistig ist von Red Flower. Ah! Sie ist Mistig! Übrigens hab ich grad Mob-Griffy ausgemacht wegen den Creepern, ne? Ja, aber die End... Und wegen den Enderman, ja. Aber die Enderman können immer noch Blöcke nehmen anscheinend. Ja? Ja, dann...